Hallo, ich bin jetzt der Franz Griesbacher von den Pallauern und ich finde die Aktion Licht ins Dunkel natürlich sensationell, sehr sehr menschlich. Es geht darum, Menschen eine Freude zu machen und da möchte ich mithelfen und ich lade eine Person ein, ist es eine Dame da im Heer, wenn wir uns überraschen lassen, zu einem Rundflug mit mir im Hubschrauber.